Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind schlecht noch als Tee, aber wir können die Runden noch gewinnen. Als Cete sind wir schlecht und wir können die Runden nicht gewinnen. Heißt, wir sind generell schlecht? Das wollte ich nicht so aussprechen. Du hast es mal gesagt. Ich bin immer dafür, eigentlich Tee anzufangen, aber wichtiger, was Team so möchte, ungefähr. Ich finde generell Tee ist halt mit mehr Sicherheit. Wie immer valores? Wenn du nicht. I need to feel something, feel something. I need to feel something, feel something. Cause I'm totally alone. Jetzt wird gegessen. Sehr lecker. Den holst du einfach dreist. 40er mindestens. Ja, dreist. Okay. Die. 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 We are about to get ready, D.E. Miraz coming up here between Rogue and Big at Dreamhack Astro Open Lightstick. Finally we're ready to go, ready to jump into the game. KB, fall back, tries to go out in the little pit there in CT spot. Nice man! I'm 2. Action! Nice! I always thought Joe! That's a great face! Great, great. Nice Joe. Nice round guys, continue. Nice round guys. Nice, nice! Nice face, Kevin. Fettes face. No matter what, Kevin. Nice! AWP, AWP. Great, wonderful. Nice, man. Pass. Nice. Nice! Nice, man. Nice round again, Nico. Nice, nice! Nice! Nice, guys. He's taking a shot down by the field and he gets all over it. Nice. High five. Ich hab Gang, ich hab Gang. Einer muss defuse gleich. Defuse! Schön, Joe! Nice, Mann! Das ist eine Runde, Jungs! ABP-Sport, ABP-Sport! Zurück mit Abre! Das ist nicht die Abre-Sport, nicht die Abre-Sport, Joe! Naja, komm zu mir! Nice, Mann! Krass, Jungs, sauf! Joe, komm, Joe, komm! Warte! Die Main, alle drei! Platz oben links! Safe, Joe! Sauber! Nice, Mann! Und schön locker jetzt, Jungs! Ganz easy! Gute Hälfte, Mann! Aber das ist wie gewohnt in der CTL. Jetzt machen wir es einfach rein. Nichts, Jungs! Es ist eine Vigilheit, um ihn zu finden. Aber er wird auf die Zeit warten. Nein! 4-Kamil, Junge! Seck, Junge! Higgs, nicht der Job, um alles zu Ende zu Ende zu Ende zu Ende zu Ende. Goppy ist jetzt der letzte Mann mit einem CZ. Er hat einen, er hat viel mehr auf den Weg und er wird aus der Ammo. Er versucht, mit Cover zu bleiben, um sich zu leben. Er wird durch die Box. Schön, drei Facks, Mann! Fakt, 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 Fakt! Feuer, Feuer, Down! 100 CTBs! Hishiba Down! Wichtung! In der Jungle! Nein! Und jetzt mach das sicher durch, ey! Action! Kurze CTBs! Kurze CTBs! Kurze CTBs! Kurze CTBs! Ich heim CTBs! Ja! CTBs raus! Vorsicht! Dave, nein! Vorsicht! Get the top! Get the top! Get the top! Jetzt, Nico! Darum playst du gar kein Kett! Nice! Hallo! Das ist absolut okay, Mann, dass du ihm ein bisschen Chance gibst, ne? Ich finde das okay! Das ist absolut okay, Mann, dass du ihm ein bisschen Chance gibst, ne? Ich finde das okay! Ja! Komm, Jungs! Unser Spiel! Wichtigste Map jetzt! Er hat 10 oder oben gesteckt! 10 oder oben! Nice! Nice! Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn low gemacht habe. Ich habe ihn einfach gelackt durch den Smoke oder so. Ja! Keine Ahnung, wie er low war, Alter! Tür, Tür, Tür! Rechts irgendwo! Spot! Spot! Beide Spot! Nice, Mann! Klasse, Joe, Mann! Klasse, Joe, nett, Fassi! Gleich, ich komme jetzt zurück. Komm vor, komm vor, komm vor! Er ist 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 vor! Einer war oben! Nein! Genau so, Mann! Schönen Doppel-Molotov, Mann! Die haben keine Chance! Schön gefordert! Klasse, Jungs! Ich werde rechts im Eck stehen. Du musst einfach rumkommen, wenn ich schieße, ja? Ja! Nein! Krass, Mann! Krasse Rundefahrt hier, Alter! Jetzt sind sie absolut... Schöne Rundefahrt, Junge! Schöne Rundefahrt, Krass, Mann! Wir haben jetzt Eko! Ja! Ich werde einfach aus Tee besser! Ich glaube, was du für mich da ansagst, Junge! Du läckst meinen Arsch da! Schön ohne Angst spielen die Jungs! Die denken, die haben gute Reads gegen uns, aber sie haben absolut Rundekacke, Alter! Schön weiter gut bleiben! Die haben absolut keine Chance! Weiter mich ansagen lassen, mir die Chance geben und immer den Standard ein bisschen variieren! Da haben die... Können sie keinen Anti haben, Alter! Das ist nütlich! Ey, Joe, bist du bereit, drüber dir die scheiß Mücke smashen? Siehst du sie? Dieses Viehzeug ist rechts! Ja, Junge! Töte die nicht! Die bringt uns Glück! Kevin, ich halte Fleisch, wenn du schießt, okay? Super Joe, Mann! Genau so spielt man das Jungs, Alter! Ich flash-Bot! Ich flash-Bot jetzt! Oben down! Kurz down! Übertreib nicht mit den Cheaten, Jalosch! Und jetzt wird noch den geneifed hier! Wuuuuh! Rücken! Ich flash ihn! Lass ihn vorgehen! Tschüss! Er smockt sich selber! Wuuuuh! Meifen! Er verhindert alles! Sauber, Jungs, Mann! 10 Minuten am Ziel, Leute! Und jetzt warten, jetzt warten! Einer unter Schacht! Hinter Schachtgang! Hinter Schachtgang! Komm jetzt, komm jetzt! Go! Schachtgang! Schachtgang! Noch einen Spot! Schachtgang! 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 Was für eine krasse Runde, Jungs! Weißt du, wie die Kommunikation ist? Der Hinterschacht sieht mich, er schießt auf mich und DB-Lobbyspieler zieht blau! Der Junge, die Bulgaren sprechen nur Bulgarisch und die Dä... Das ist doch ganz klar, Alter! Hoffentlich kann niemand unsere Stimmen hören außerhalb! Wollen wir noch einen? Noch einen, Armin! Noch einen, Armin! Ich fähre schon! Ich fähre schon! Lech die Tür raus! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Klasse Calls, Jungs, Alter! Wie klasse ist das, bitte! Nice, Jarosch, Mann! Nice, die Fatih! Nice, Mann! Guter Move von ihm, Alter! Ja, war sehr gut! Rechts Tür, rechts Tür! Er ist rechts! Alter! Ich spiel auf Movi! Ich spiel auf Movi! Ich spiel auf Movi! Das war nicht gut, Alter! Krass, Jungs, Alter! Ich spiel auf Movi! Das war knapp, ne? Du hast keine... Das schaffst du nicht! Und ich glaube, sie werden es haben. In fact, einige Spieler werden es nicht verknüpfen, aber warte einen Moment, hier! Ich glaube, ich glaube, sie werden eigentlich nicht sprechen. Die Spieler haben bereits den Server verlassen. 4 von ihnen in. Was passiert jetzt? Das ist ein bisschen offensichtlich. Ich glaube, sie spielen wie ein normaler Spieler. Aber nicht in der Weise, dass du ihn nochmals spielen kannst. Und wenn das nicht passiert ist, dann wird er zuerst auf Suicide. Und er hat die Glück... Ich will noch ein paar T-Shirts an euch werfen. Und wir sind gleich noch so 10 Minuten am Linecast-Stand. Aber danach bitten wir uns, dass wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren können. Also 10 Minuten am Linecast-Stand und jetzt noch ein paar T-Shirts, wenn ihr natürlich wollt. Wollt ihr? Wir waren so stark im C, Alter. Wir waren so stark im C, Alter. Wir haben sich übertrieben aufgeteilt, Alter. Sie wussten nichts. Links, vorne, nichts. Was geht ab, Leute? Das hat einen Sch EA-Kirchen ein Criefen. Beide vibrer. Laasst uns für uns auf diese H藿. Mas positiv aus! Du bist hieranting. Ich reiche mir! Wollt ihr bist RIGHT? Wir haben uns eingeladen. Ich will gap��ieren. Nah, sag mal Ich werde von meinem Mate Jarosz genannt, aus dem Grund, wir haben damals ein Team gehabt, auch mit Nex, er heißt auch Johannes und der gute Chris J. hat mich einfach mal aus und ich habe den Spaß Jarosz genannt. Und Regia und der Rest fanden das ganz cool und dann ist der Name so eingeprägt worden und seitdem nennen die mich Jarosz. Das ist für mich eigentlich gar kein Problem und ich finde auch den Namen echt cool. Jetzt, da wir auch zwei Johannes haben, passt das perfekt. Die sind ja sowas von mega abgegangen. Ich bin auch schon ganz heißer, muss ich zugeben. Er ist der erste Anfang. Erste Woche. Wir haben uns eigentlich gar nicht vorbereitet, wir haben uns eigentlich nur ausgeruht. Wir haben halt kurz über die Maps ein bisschen gesprochen, da wir halt erst eine Woche zusammen spielen, haben wir nicht die größte Auswahl, deswegen müssen wir ein bisschen gamblen. Aber ich bin guter Dinge, weil egal welche Situation wir im Moment waren oder sind, wir bleiben immer cool und versuchen es halt immer zusammen zu lösen. Und ich denke, das ist so der richtige Weg, das anzugehen. Wir sind jetzt ausgeduht. Es war gut, dass wir ins Hotel gegangen sind und mal geduht haben. Und ich denke, das wird auf jeden Fall der einzige Time-Finale sein. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.